Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück. Wir spielen heute ein bisschen Techtonica. Ähm, mal gucken, wie das Ganze wird. Aber, jo. Ich habe das vor Uhrzeiten gespielt und jetzt wollte ich mal wieder reingucken. Also, eben noch einen Kommentar abschicken und dann geht's los. So. 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 Oh, Moment. Ich hatte die Lautstärke runtergestellt. Okay. So. Okay. So. 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 Okay. Ich glaube, ich muss die hier noch ein bisschen stecken. Öh. Ja, das wäre... Oh, was ist das denn? Kann ich auch irgendwie Stapel nehmen? Stapel übertragen? Alles übertragen. Ah, mit Space. Okay. Kann ich irgendwie die Taschenlampe ausschalten? Eingabe. Steuerung anpassen. Oh mein Gott. Einblendmodus Alt links. Vier ASD. Leerstaste. Links umschalt. Äh. Variante Toschen. Äh. Menü-Tasten-Mole. Okay. Oh, was bist du denn? Okay. P. Stromnetz. Wir haben hier eine Karte. Oh. Äh. J ist unser Questbook. Und L... A ist unser Dialog. B ist unser Archiv. Okay. Was ist das? Ach, Kupfererz. Okay. Produktion. Wie viel sollte ich denn bauen? Task inbound. Mining drill. Must be built at an orbane and fueled with plant matter. Oh. 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 Okay, alles abreißen. Und wo es noch mehr plant, so, was ist denn jetzt unsere wieder Tab zwischen Produkte Ausrüstung? Ah, Produktionsterminal reparieren. Okay, was brauchen wir? Eisenerz noch. Was ist das? Ach, Kalkstein. Okay, wo haben wir denn hier Eisenerz? Ach, guck doch mal einer an. Oh. Und wie kann man drehen? Ah, mit R. Okay. Dann bauen die jetzt Eisen ab. Da haben wir ein bisschen Ei, äh, Kopfhörmanni. So. Stufe freigeschaltet. Okay, ein bisschen Schutaten hier sammeln. Okay, Scanner. Okay, so T. Was ist das? Vorschusskernlieder. Schmilzofen. Ah, damit kann ich Sachen herstellen. Oh, Elektroband. Terraforming. Erzförderer. Ah, okay. Okay, okay, okay. Okay, jetzt scannen wir Sachen. Okay, das haben wir auch schon. Ein paar Pflanzenbauteile. Okay, ja. Okay. 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 Ok, aber die erstmal mitgenommen. Ok, also ich muss die scannen. Was ist das? Ach, ein Greifarm. Hm, komische Lichtung hier. Da waren die Kerne. Hallo Maurice. Hm, ich spiele ein bisschen Techtonica. Ich habe das mal vor Urzeiten gespielt, also als die Alpha angekündigt worden ist. Konnten sie sich für eine Beta anmelden und die hatte ich mitgenommen. Und seitdem habe ich das nie wieder gespielt. Und ja, ich wollte mir das mal angucken. Oha. Oha. Ah, super. Das freut mich. So weit ist alles gut. Ein bisschen kaputt von der Arbeit, deswegen ist das heute auch alles ein bisschen später geworden. Cool. Ein bisschen später geworden. Ja, und bei dir? Wie sieht es da aus? Da könnten wir eigentlich mal gucken, ob man da auch forschen kann. Oh, ich bin Diagnostik-Failure. So, und die wichtigste Frage überhaupt. Bist du denn auch gerade am zocken? Und wenn ja, was zockst du? Ja, ähm, das freut mich, dass ich dich vom Spielen abhalte. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber freut mich, dass du hier bist. Ähm, ja, und ich hoffe, ich konnte dir bei TikTok zumindest irgendwie ein bisschen Spaß bereiten. Obwohl, die sind ja eher informativ und nicht spaßig gedacht. Na, egal. Ja. Und ich versuche jetzt hier die Verwirrung zu bekämpfen, weil man weiß ja allgemein, die Verwirrung ist auch verwirrt. So, baue und platziere fünf Kerne. Muss ich die jetzt hier drinnen platzieren? Okay. Äh. Schmelzofen. Okay, dann kommt die Meld. Logistik. Transport. Technologie aktiviert. Proceed with construction of smelter. Zwei. Task inbound. Smelter. Supply with or to produce ingots. Requires plant matter for fuel. Oh, okay, bist du auch so jemand, der, äh, immer irgendwie was nebenbei laufen haben muss, damit man sich besser konzentrieren kann? Das... Kenne ich irgendwo her, weil bei mir ist es dasselbe, weil ich nicht in Stille sitzen kann. Und, äh, freut mich, dass die doch irgendwie spaßig sind. Und, ja, das in den Kommentaren, ähm, habe ich auch öfter schon viele Sachen mitnehmen können, was echt cool ist. Und, äh, das mit den Märkten ist halt irgendwie komisch. Also, du kriegst... Du bekommst es ja nicht angezeigt. Aber irgendwie kriegt man das Gefühl, dass, ähm, die... Bewohner länger brauchen für das Ganze. Und ich glaube, das ist so, dass du einen Herstellungsbetrieb hast, der bietet seine Ware an. Und je länger der laufen muss, desto länger steht der, ähm, Marktstand leer. Ja, und deine Bewohner, die dann auch noch länger laufen müssen, äh, brauchen länger, um ein, ähm, wie, wie nennt man das gut? Ein Supply aufbauen. Um einen Bestand aufzubauen, bei sich im Haus. Also, das ist so, dass was gefühlt rüberkommt. Aber das steht da ja nirgendwo so richtig. Und du kriegst halt nicht angezeigt, dass irgendwie was, ähm, jetzt gerade fehlerhaft läuft. Oder, dass die Häuser einfach zu weit weg sind von nem Markt. Oder, ja. Also, das find ich ein bisschen schade. Ich kann mir aber vorstellen, dass da definitiv noch was dazu kommt. Genau, also, Stream tue ich heute bis Open End. Ich weiß aber nicht, weil ich ziemlich fertig bin von der Arbeit. Ähm, da werde ich mal gucken. Und, ähm, Mit den Pack-Eseln war ich auch harte verwirrt, da irgendwie das Ganze, ähm, irgendwie funktioniert hat. Aber auch nicht richtig. Und du kriegst nicht angezeigt, was der denn gerade und wie viel er transportiert. Ähm, ja, ich denke mal, diese Sachen, was so Tooltips angeht und so weiter, ist eher so... Im letzten Ende der Early Access zu finden. Jetzt am Anfang geht es ja erstmal um das Core-Gameplay. Ähm, und das gefällt mir außerordentlich gut. So gut sogar, dass ich das Spiel zur Seite legen musste. Terminal Upgraded. Basic Automation Schematik ist available. Okay, cool. Greifarm, Behälter, Förderband. Aha, die kann ich sogar im Vintal herstellen. Okay. Ausrüstung. Das ist gut. Okay. So gut, ich bin in den Fall. Jetzt kommt das Spiel. Ich bin in den Fall. Und dann rein, du bist. Ach, ich bin in den Fall. Okay, gut, ich bin in die Falle. I increased. Ich bin in den Falle mit mir erneut. Okay, ich bin in den Falle mit dem Falle. Okay, becah. Okay, wir sehen uns dann in den Falle, Task inbound, conveyor belt. Use conveyor belts to build networks between machines. Inserters are required to transfer items to and from conveyor belts. Okay. Oh. Uh-oh. 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 Uh-oh, uh-oh. 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 Si. Hm. Was ist das denn? Obwohl ich könnte... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dankeschön Maurice für den Follow. Moment Ich wollte bin völlig eingebunden. Oh cool er macht es ja sowas sollte man noch bearbeiten ja also ich bin schön so und und ich hab 120 schon so äh ich nice super bist du jetzt Nummer 120 Dankeschön ähm dafür gibt es nämlich irgendwie keinen Alarm okay das ja egal ähm was mir ein bisschen fehlt ist ähm dass das wie mit den Pflanzen hier ist jede Pflanze steht für sich und so sind auch die Regionen ich finde es ein bisschen schade dass du nicht wenn du zwei Regionen hast daraus eine Region machen kannst und dann einfach eine Handelsstraße da irgendwie bauen kannst dazwischen also eine richtige Handelsstraße und nicht irgendwie mit Packeseln und vielleicht läuft es vielleicht auch nicht und was ich auch blöd finde ist dass du bei den Packeseln nicht einstellen kannst dass ähm ähm äh dass du nicht einstellen kannst dass du äh bis zu was für einem Prozent du das haben möchtest ähm Beispiel wäre jetzt ähm du hast äh was könnte man denn als sehr gutes Beispiel nehmen äh du hast 120 Brot in deinem Bauerndorf und kannst jetzt nichts sagen ich möchte bis ein Verbrauch haben von ja 100 oder ich möchte einen Verbrauch haben bis was kann man denn da gut nehmen also wirklich diesen Verbrauch finde ich ein bisschen schade ah sondern ich habe das Gefühl na so Moment das Spiel lenkt mich doch mehr ab als gedacht so ich habe das Gefühl dass du ähm entweder oder Entscheidungen hast du kannst dir keinen definierten Vorrat machen wie beim Handeln zum Beispiel dass der nur handeln soll bis du 50 erreicht hast sondern es kommt du möchtest tausend Schuhe loswerden okay dann mach ein Packesel und tausch das konstant durch und plötzlich hast du null Schuhe in der einen Stadt und 2000 Schuhe in der anderen Stadt und äh du kriegst es gefühlt am Ende gar nicht mit das ist ein bisschen schade und halt das wirklich mit den Regionen ja ja also genau das was ich gerade erklärt habe ja und das ist kein Minimum oder Maximum gibt das ist wirklich blöd und ähm wie du es schon sagtest du musst Summe x an äh Materialien nehmen und damit dann durchtauschen also jetzt als Beispiel nehmen wir wieder die Schuhe als Beispiel du kannst ein Schuh gegen 8 Holz tauschen oder sowas völlig abstruses und ähm oder Schilder oder 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 aber du kannst jetzt zum Beispiel auch nicht sagen dass du in Stadt 2 wo dein Bauerndorf ist und du Korn hast dass du das Korn gegen Regionsvermögen an deine Hauptstadt verkaufst das wäre auch geil weil du kannst es nicht so wie du kannst du kannst nicht so nicht so die du kannst du kannst du kannst du kannst auf Oh. Oh, oh. Oh. Die waren sogar komplett voll. Oh. Krass. Hallo, Easily. Wir reden gerade, während wir Technica spielen. Und ich mich... Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt und komme in das Spiel rein. Aber wir reden über Benderlords. Wen wundert's? Ähm, also wir hatten gerade festgestellt, dass es Sinn machen würde, den Tauschhandel zwischen den Regionen mit den Packeseln eigentlich genauso zu machen wie den Tauschhandel mit der Außenwelt. Das heißt, du hast 1000 Brot und möchtest die loswerden. Also packst du, ähm, eine Tauschoption mit deiner anderen Region rein und verschickst dann die 1000 Brot für, ja, lad mich lügen, 500 Gold oder 500 Regionsvermögen. So, dass du wirklich ein 1 zu 1 Handel machst. Oder du sagst einfach, okay, ähm, ich hab... Ich möchte gerne mein Brot verkaufen, ähm, bis ich nur noch 50 Stück habe. Aber das soll alles an meine andere Region geben. Ich... Meine Vermutung ist, das kommt auf jeden Fall. Sowas in der Art zumindestens. Ich auch. Ich glaub, das wurde auch auf dem Discord schon, ähm, als, äh, Wunsch hinterlegt. Und was ich halt wirklich cool finden würde, ist, wenn du Regionen auch zusammenlegen kannst. Und dass du, ähm, nachdem du Großstadt erreicht hast, trotzdem noch irgendwie eine Möglichkeit hast, weitere Skill-Punkte zu erhalten. Weil aktuell hört das ja bei Großstadt auf. Und du musst dich spezialisieren. Aber dadurch, dass die Packesel und der Handel so komisch laufen, kannst du dich auch nicht richtig spezialisieren. Weil, ähm... Du irgendwann Probleme bekommst. Ich hab zum Beispiel, äh, in der einen Stadt, ähm, ganz viel Holz hergestellt und Bretter. Und die dann mit Packeseln verhökert gegen Lehm und Stein. Und, äh, hab dann angefangen, die Schilder herzustellen und die dann im Markt zu verkaufen. Endergebnis, ich hab so viele Schilder und so viele Schilder verkauft, dass ich die nicht mehr verkaufen kann. Und jetzt hungert meine Stadt, weil die null in, ähm, irgendwas Lebensmitteltechnisches hinterlegt haben. Sondern hundertprozentig im Handel drinne sind. Und, ja, und dann sitzt du da und denkst dir so, hm, alle sterben, weil sie konstant Hunger haben. Oder sie verhungern. Und in der anderen Stadt hab ich hunderttausend Regionsvermögen und kann mir alles kaufen, worauf ich Bock hab. Also das ist dann auch wieder so ein bisschen, hm. Ich möchte eigentlich noch die Musik. Ja. Die Musik sind wieder online. Inspekt die Radio-Konsole direkt nach dem Schilder. Es wird anfangen und blicken in 3, 2, 1. Signal trianguliert. New Location added to HUD. Lights on. Access to all local facilities should be restored. Including the one I've been stuck in this entire time. I've set an unlock code to the door. I've got some tech you're gonna like. And I know you wouldn't dream of leaving without me anyways. Okay. 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 Äh, da lang. Ah. Ja, ich hab da extra ne Herstellung gemacht. Also, ähm, in der einen Stadt... Wartet mal eben. So. Wir stellen uns jetzt hier hin. Speichern mal eben. Wenn wir schon eben darüber reden, na. Dann können wir auch mal eben straight up da reingucken. Dann kann ich das ja mal eben zeigen. Hab ich magische Hände oder wat? Guck mal da bei... Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay. Oh mein Gott. 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 Im Moment, ich glaube, meine Grabber-Card dreht gerade durch. Nur noch alles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dankeschön. Also was ich halt cool finde ist diese Ansicht. Das gefällt mir richtig gut. Und ich hoffe, dass da noch irgendwie Weinberge oder sowas reinkommen. Dass du hier auch wirklich diese Abhänge benutzen kannst. Wie hier zum Beispiel dieser Obstgarten. Und das finde ich auch so cool an Manor Lords. Dass du die Plotgrößen einstellen kannst, wie du möchtest. Ich glaube, für das nächste Mal würde ich dann zum Beispiel anfangen einen zentralen Ort zu schaffen. Und dann, also das war das hier eigentlich, aber dann hier diese hier wegzunehmen, dass das halt nicht so aussieht. Sondern ein bisschen ohne Garten. Oder einen kleineren Garten. Irgendwie sowas. Also das habe ich hier zum Beispiel schon gemacht. Da finde ich es auch cool, dass hier die Straße so groß wird. Ja. Ja, ne? Ohne Steinblöcke nichts los. Ja, und was ich halt cool finde, ist wie sich die Felder hier integrieren. Das sieht richtig cool aus. Und hier habe ich mein Bauerndorf mit einer eigenen Traverne. Muss sein. So, jetzt muss eigentlich mal Sommer werden. Und was ich auch cool fand, einfach hier zu Deko-Zwecken habe ich ein kleines Feld hier hingebaut und hier auch ein kleines Feld. Damit einfach die Lücke hier gefüllt war. Aber was ich zum Beispiel auch nice finden würde, wäre, dass du gewisse Gebäude auch einfach in Felder bauen kannst. Ähm, ja, ich habe eins, zwei, drei Bauernhäuser und man sagt ungefähr drei Felder pro Bauernhaus, was circa ein Hektar groß ist. Und dann habe ich hier dann noch erforscht, ähm, schwerer Flug. Und da sollen die dann halt eher länglich sein, damit die auch abgearbeitet werden. So, wird jetzt langsam mal Frühling. Weil im Frühling sieht das auch richtig cool aus. Ja, und so ist es jetzt. nach und nach das Spiel. Ja. Ja, das sind hier irgendwie, hier sind da mal, äh, 2,8, 1,0 und, und, und. Also das, das kommt circa. Okay, ich glaube, ich werde angerufen. Okay, ich habe nicht gerufen. Ja, so in der Art. Ich glaube, ohne Ochsen, mit Ochsen dann sogar noch ein bisschen mehr. Aber wie du hier siehst, der orientiert sich nach der längsten Linie und arbeitet das jetzt so hoch und drunter ab. Deswegen ist der relativ schnell dann unterwegs, der Ochse. Ja, und hier hatten sie halt nicht die Chance, alles richtig abzuarbeiten. Heißt, ich habe wirklich ein bisschen zu viel. Oh, das sieht mit den Wettereffekten und so weiter sieht das echt geil aus. Könnte auch so der Anfang eines Trailers sein, wo es dann ein bisschen grafisch besser wird und dann willkommen bei Hensel und Kreato. Hensel und Kreato Ja. So. Aber jetzt will ich Techtonica weiterspielen. Ähm. Oh ja, das wollte ich gerade erzählen. Ähm. Als wir gerade Techtonica ausgemacht haben, kam straight up ein Update auf die, auf das neueste Update. 4.0. Äh, ne, 0.4. Was richtig nice ist. Ja, genau vor 32 Minuten wurde das veröffentlicht. Habe gerade eine Mail von Firehose bekommen. Als ob die schon gucken würden. Sende das Signal ist mehr kompliziert als du denkst. Ich weiß nicht warum, aber diese Computer fühlen sich als Second Natur jetzt. Sort of das opposite von Triff dich mit Spark. Wie, wie groß sind wir eigentlich? nicht. Oh, oh, äh. Oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Gibt es hier was zu entdecken? Wow. So viel. Oh. Korbelgenerator. Nice. Und den kann man immer auch. Oh. Das kann man auch. Das kann man auch. Das kann man auch. das kann man auch. Das ist ... ... So. Casualties detected. Oh. Let's go. Okay. Ja. Oder. Ähm. Absoluter Schlafmangel, weil, ähm. Ich hab aktuell... Oh. Scan the fragment in that cage by the stairs before we go. We need that tech to get out of this sector. Okay, sorry. Ähm. Ich hab aktuell... Rufbereitschaft. Das bedeutet, ich kann jederzeit angerufen werden. Und... Für sieben Tage und ich kann das nicht so gut ab. Heißt, ich... ...penn dann einfach schlechter. Report to production terminal radio for triangulation. Sounds like the terminal is fully rebooted. Check the radio console again and see if the beacon it adds to your HUD gives us a clear path home. Ja, also ich, äh, schlaf dann einfach viel, viel schlechter und, äh, kaum klappert draußen irgendwas oder ein Auto fährt vor oder, oder, oder. Oh, bitte ruf nicht an. Ähm. 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 Also das ist nicht... ...cool. Also es ist nicht schlimm, aber man wacht halt... ...oder ich wach halt relativ easy davon auf und, ähm. Ähm. Ja. Schlaf dann halt. Überhaupt nicht gut. Sorry. Und wie ein Neuver. Interessant. Reminder. Craft and place additional research course to enable activation of mold technology. ... ... ... ... ... Nice. Stengel-Thresher, Pflanzmaterial, okay, Transport, Hoverpack, Kurbel-Generator, Okay, Massenzerstörung bauen, Teiltreppen, cool. Bulletin, this mall is not authorized to destroy resources, critical infrastructure or protected environmental areas. Nice, wie geil ist das denn? Okay, cool. So, J, L, B, Mowl, okay. Förderband MK2. Dann cutten wir doch da mal through. Okay. Okay. I never got the chance to thank you for getting me out of that facility. Appreciate it. At the time, it seemed like the best thing to do was focus on work and not get caught up in thinking about anything else. I've tried to stay sharp for both of us, but now that we're almost back to the main line, hold a minute. I was terrified. It'll be good to see some friendly faces, and a few thousand open lights. I'm sure you've got people there, too. I'm sure you've got people there, too. I'm sure you're right there, too. I'm really surprised. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, Victor Oh, Victor Oh, sorry! Was ist das denn hier? Ach, Eisnerz Kopf Jao! Oh, oh! Oh, oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was zur Hölle ist das? Hochspannungskabel Set things on fire, create giant clouds of poison... You get the drift. You can't go wrong with a good old-fashioned river. You can't go wrong with a good old-fashioned river. Is everything all right, Breaker? I know the disappearance of our entire operation and everybody we worked with is, uh, not good. But panic is not a luxury we can afford right now. You might be the only person in the expedition with two feet left, so put one in front of the other and check in at PT Victor. You can do this. Okay. Planieren. Oh. Zünderpflanzer. This terminal is trying to reach out to a hundred facilities that might not exist in here. If we can repair it, we might be able to decipher where those facilities are located. Our people are out there, just like we were. I wouldn't ask you to rebuild this sector for the expedition, but I will ask you to do it for them. Check the chests around here for some power floors and calisite platforms, and scan the machine fragments in front of the terminal if you haven't already. The chests should also have some emergency research cores in them if you need help unlocking all this new tech. After that, you should be able to lay down a surface, run some electricity through it with crank generators, and get your first thresher up and running. That'll get us started on Kindlevine stems for the PT upgrade, as well as another radio signal. And where those signals will take us? I have no idea. Task inbound. Power floor. Build to establish structural foundation and conduct electricity from crank generators. An이면 Coaches and what you can see will allow for some of the facilities to go to the status quo. With all the equipment is very quickly and can support the system because it's very quickly as always. It's going to be a little bit different. It's a little bit different for those who are going to be able to do this for a building. I think your main character should be able to do this with the building. It's asaying piece and build that service. To the building that if you want to be able to be able to build that building and building that building your plant. That's really good for it. Ssss! Task inbound, crank generator. Activate with manual or automated rotation to produce electricity. Hangout lamper? Okay. Okay. Oh, okay. Task inbound, thresher. Supply with resources to produce a variety of organic goods, electrical power required. Okay. 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 Woher bekomme ich das? Oh, oh Gott. Zündrebe. Oh. Oh. Okay. 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 The only thing below here is the core and the shaft doesn't look like it was cut large enough for freight anyways. The second problem is that nobody asked me first. That's a much bigger problem. If whatever they were up to here was bad enough that they thought I would report it, it must have been very wrong and very dangerous. Okay. Kann ich das später dann runterfahren? is it possible to drive there like? desde haven't kept on the track? Oh, good. I think we haven't changed a lot again. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Task inbound, double threshing. Threshkin dill vine to produce kind dill vine stems. Threshkin dill vine stems to produce plant matter fiber. Assemble plant matter fiber into plant matter frames. Ok, was? Okay. Sadly I can't stop the house. Okay. 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 Right. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. So, was sollte ich denn... Äh, Quests. Gehen wir mal ein bisschen auf... Und dann müssen wir mal gucken, wie wir... Hier bauen. So, was ist hier? Okay. Oh, oh, oder Sprengstoff, okay. Cool. Okay. 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 und durch okay so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 oder human ingenuity was ever able to accomplish. Even looking at it gives me a small headache. Probably from the new, cozy memories of trying to punch through it. Trust me on this one. Turn around and walk away. It wasn't meant to be. Turn around and walk away. What is this here? Okay. Okay, dann gehen wir hier dem Floss weiter durch. Wo komme ich hier? Oh, guck mal da. be right down here. Shiver Thorn breaks down the same way Kindle Vine does, Breaker. Once we get the P.T. fixed up, you'll be able to plant and thresh these, too. Okay. Äh, ist das ja mehr ein Erkundungsspiel als ein Bauspiel? Was haben wir hier? Okay, das ist was anderes, Kupfer haben wir hier noch. What the fuck, ey? Äh. Okay. Okay, laden wir erstmal ein paar Sachen ab. Oops. Oops. Okay. 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 Das war's. Ah. So, ich will aber weiter gucken. So, ich will weiter gucken. So, ich will weiter gucken. Oh. So, ich will weiter gucken. Oh. Oh Gott, was ist das denn? Oh. 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 Okay, gucken wir doch mal da oben. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, Cooling System. Okay, riesiges Eisenvorkommen. Okay. Hm. Dann gucke ich da drüben einmal. Okay. 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 Ja, genau. Also, kriegen wir das in Motorrad Schienen- und Kühlsystem. Oh, Spannungskabel. Transformator. Okay. Hydro-Electrical Administration. All scans complete. Facility access door unavailable. Referred to display panel for self repair requirements. Oh. Äh. Alter. Kernzusammenstellung. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, dann gucken wir hier oben doch nochmal weiter Okay Okay, dann gucken wir hier oben doch mal weiter Das war's für heute. Spreaker, did you forget to crank the generators before we left? I hope so. It'd be the best way to learn that it isn't the end of the world. Wherever this signal is taking us, it probably matters more than a few lost minutes of threshing. And if it doesn't, there are plenty more minutes where those came from. Keep chewing around the edges of this place. If they manage to get all that in there, there must be a way we can get in, too. And if you look at the signal on your HUD, it should be pretty precise on where the entrance is. Hmm. If everything else is right where we left it, my camp might as well be, too. If you were part of my crew, you'd probably recognize this place. Procedure was to take a portable habitat module into the field. That wasn't for us. So we rigged an assembler to make all this instead. We did everything our own way, but whatever they needed for the expedition, we found. People leave you alone when you get results. Those were good times. At some point, something else started to matter. A part is all a blur. I know we were supposed to go home. Oh, oh. Hä? Und wie komme ich da jetzt rein? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, nice! Jetpot, warehouse, I knew that gigantic door was a good sign Scan this place for some basic electrical machines, especially those planters and brushers on the racks And pick up anything else you can find Okay, let's go! Sollen wir hier eigentlich die Fabriken neu herstellen? Oder? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist zwar nicht so gerade. Nein, deswegen war es gleich. Ich verstehe das nicht. Immer gut. Dann schauen wir uns mal wieder nachher. Hier sind auch uns mal wieder zu finden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Uh... 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 Don't forget, Breaker. Those foundation pieces conduct electricity on their own. You can put generators and machines directly on them. No power floors required. Nice. Nice. Okay, ähm... Okay, ähm... Okay, so... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 10 Task inbound, planter Supply with seeds to rapidly reproduce fully grown flora Electrical power required Funktioniert das dann so? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ok 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 Das war's für heute. 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 Energie speichern. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, damit sortieren. Dann können wir doch eigentlich... ...da hinten die Tür reparieren. Ich glaube, ich muss mir heute Abend mal angucken... ...was man hier macht. So, dann upgraden wir Victor. Okay. Oh. Alter Schwede. Montagemaschine. Damit kann ich... Okay. Okay. Erhöht die Schmerzen auf der Grundgeschwindigkeit. Benötige Kerne 50. Oh. Kalk... Kalksteinextriktion. ...verplatte. Hm? Okay. Okay. Overpack und... Okay. Kurbelverbindung. Okay. Okay. Das wollte ich mitnehmen. So. Massensammlung. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Massensammlung. Prozessoreinheit. 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 Neuzuweisung vom Kern. Bau. Leuchtstab. Lichtmass. Okay. Wie. Jetzt haben Sie die Schmerzenweinheit. Sie müssen sie eine zweite Mal für eine Fieber für die Plante. Und dann können Sie die Fieber für die Plante. Oder bauen Sie eine Assembler für die Plante. Und wenn Sie noch nicht Assembler finden, Sie arbeiten mit mehreren Signalen. Oder gehen Sie mit einem eigenen Weg. Sie wissen, was Sie vielleicht sehen. Die Plante. Amen. Amen. Oh. Amen. 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 Ah, ich kann dann Sachen deaktivieren. Aktiv Terraforming. Ja, ich kann das. 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 Ich kann das. Ja, 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 ich kann das. Langer Greifer. 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 Langer Greifer.